Die Kunst ist die absolute Freiheit und Selbstbestimmung. Sie sind sich darüber im Klaren, dass sie sich entfernen mit dem, was sie tun, von dem traditionellen Kunstbegriff. An einem Physik ist der Kunstbegriff so erweitert, dass jede normale Situation Kunst ist. Ich bin gar kein Künstler, es sei denn unter der Voraussetzung, dass wir uns alle als Künstler verstehen, dann bin ich wieder dabei. Am besten, man erreicht alle zu gleicher Zeit. Nehmen wir an, sie kommen in einen Saal und können sofort abschätzen, was sind die Fragen der Leute, die inneren Fragen. Sie haben mit 54 Studienbewerbern, die von der Akademie abgelehnt wurden, das Sekretariat besetzt. Man muss etwas erreichen im Sinne einer Bewegung auf die Zukunft hin. Provokation, da ist immer irgendeine. Jetzt wird auf einmal was lebendig. Die Kunstbewerber ist der einzige Revolutionary-Pauer, weil es ist auf der Leitenden Kreativität. Durch den Ideen der Kunstbewerber, die Demokratie wird eine Realität sein. Es war wunderbar, zu arbeiten mit jemandem, die die Begründung der Begründung war so großartig. Wide.